Rentenerhöhung 2020. Wann kommen die neuen Rentenbescheide? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Rentenerhöhung zum 1. Juli 2020 ist ja beschlossene Sache. Der Bundesrat muss ja nur noch zustimmen, das ist reine Formsache. Im Westen gibt es 3,45 Prozent mehr Rente und im Osten 4,2 Prozent mehr Rente. Die Versicherten fragen sich und auch uns, wann kommen denn nun die neuen Rentenbescheide? Es geht am 5. Juni 2020 los. Die Deutsche Rentenversicherung und der Post Rentenservice der Deutschen Post versenden über 20 Millionen Rentenanpassungsmitteilungen. Das ist also extrem viel Post und zwar für ca. 26 Millionen Rentenempfänger. Also bitte nicht vergessen, wir haben ja die Altersrenten, wir haben die Erwerbsminderungsrenten und wir haben auch die hinterbliebenen Renten, die angepasst werden und auch die gesetzlichen Unfallrenten. Für alle Rentnerinnen und Rentner, deren Renten am Monatsanfang gezahlt werden, gilt, dass die Rentenbescheide durch die Deutsche Rentenversicherung bis zum 23. Juni 2020 verschickt werden. Also bis dahin haben alle Bestandsrentner, die vor dem 1.4.2004 ihre Rente bekommen haben, ihren neuen Rentenbescheid. So ist es eigentlich immer bei den Rentenanpassungen gewesen. Für alle diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die ihre Renten erst am Monatsende ausgezahlt bekommen, wird die Rentenanpassungsmitteilung bis spätestens 27. Juli 2020 durch die Rentenversicherung oder durch den Deutschen Post Rentenservice verschickt. Wir können noch mal sagen, wenn Sie Ihren Rentenbescheid dann bekommen, sollten Sie die Chance nutzen und diesen prüfen. Also nicht einfach nur in die Ecke legen und sagen, okay, das war's, sondern Sie prüfen einfach mal, stimmen denn die Zahlen, die Ihnen da die Deutsche Rentenversicherung da mitteilt. Nehmen Sie sich einfach mal den Rentenanpassungsbescheid vom letzten Jahr 2019 und legen Sie den neuen einfach mal daneben und dann sehen Sie schon im Vergleich, hier muss ich doch was getan haben. Prüfen Sie vielleicht auch mal nach, ob der Name oben in der Adressezeile wirklich der richtige ist oder ob auch Ihre Rentenversicherungsnummer korrekt angegeben worden ist. Denn der Rentenbescheid muss stimmen. Es geht um Ihre Rente und Ihre finanzielle Sicherheit im Alter. Wir sagen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Daher unser Tipp, Rentenbescheid prüfen, prüfen und nochmals prüfen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen eine Rente und Rentenberater Peter Knöppel.